Willkommen, wir sind die Golden Girls in Fork Mind Reload. Hallo zusammen. Schau mal, Lana, ich hab'n Lama. Oh, das ist super krass. Da hol ich meine auch mal raus. Oh, krass. Oh, Mann. Oh, ja. Ich musste den jetzt bringen mit den Golden Girls, aber eigentlich war's ja von dir. Doch, ähm, das macht gar keine Rolle. Super lustig. Ja, ich bin Lana Lane, das war ein Crew Skin, falls sich wer fragt. Ja, saugeile und so. Das ist so. Das sind ja mit die seltensten Skins. Also, Battle Pass Skins sind ja schon selten, ne? Ja, Battle Pass verpasst, okay, ist Schicht im Schacht. Außer jetzt. Jetzt können sie ja sowieso ab jetzt in anderthalb Jahren im Shop auftauchen, gell? Aber Crews sind halt ja noch heftiger. Seltener, halt. Ja. Die musst du in dem einen Monat, wo sie angekündigt werden, snacken. Sonst hast du's auf ewig verpasst. Für immer. Die kommen ja nie wieder zurück. Aber wenn du's einmal hast, dann levelst du die auch. Also, ne? Dann braucht's, glaub ich, sechs Monate, bis du komplett jemanden vorgelevelt hast, bis Kosmos und dann passt's. Aber du musst den halt erstmal erwischen, ne? Das ist so, ja. Deswegen tatsächlich... Skin Seltenheitsgrad sind die Crews am seltensten. Aber guck mal, ein Gold, auch cool. Ja, voll so. Ja. Was wolltest du noch sagen, sorry? Äh, ja jetzt sowieso. Wie du sagst, nachdem er jetzt die Skins vom Battle Pass auch, äh, kaufen kann. Ja, genau. Wir können... Die Skins sind natürlich noch wertvoller. Deswegen bin ich super stolz auf meinen Volpes-Skin. Der weiße Wolf. Der pünktlich an meinem Geburtstag letztes Jahr glaub, gell? Äh, äh, äh. Äh, stimmt. Ja, ja, ja. Öffentlich wurde super lustig. So, geil, jawoll. War auch Crew eben. Voll gut. So, jetzt haben wir null bauen. Das wird ein bisschen ungewohnt jetzt, tatsächlich. Aber, äh, ein bisschen null bauen. Ein bisschen dies, das. Schauen wir mal, wie das so abgeht. Jetzt können wir uns halt kaum mehr verteidigen, wenn jemand richtig Agro wird. Das ist so. Schauen wir mal. Wer ist denn das? Speedy the Cat. Gegnerisches Team ausgestalten. Du hast den anderen ausgestalten. Ach, krass. Wir haben gerade ein Team zerlegt. Das ist ja krass. Läuft ja schon mal super. Echt so? Hey, Moment mal, du musst was saufen. Hey, Wahnsinn. Ich hab schon was. Ich warte ja nur auf dich. Wie, du wartst wie was? Auf wen? Was, wer? Ich wollte zu dir rüber. Dann komm doch. Ja, wie bist du da, Achter? Hey, hör auf zu... Mach nicht diese. Komm rein. Nicht diesen. Voll gut, danke. Äh. Bitte. Okay, geht's dem Gebäude gut, oder? Ja, irgendwas ist hier. Was ist denn hier für ein Skelett? Warum ist hier ein Kaktus? Da hinten. Wo? Wo ist da was? Voll gesehen. Echt, oder? Hä? Hä? Ach, da unten auch noch. Alter, hast du auch so ein scheiß Trommelgewehr. Ich hör's schon. Naja, voll bescheuert. Was heißt bescheuert? Na, war ich auf der anderen Seite auch noch. Die sind schon stark tatsächlich, leider. Was haben die jetzt flanken lassen? Ach, Bastio. Da war... Ah ja, perfekt. Das war auch der Mate. Sehr gut. Die wollten uns also flanken, oder was? Naja. Ja, ja, ich hab das sofort erkannt. Hat bei nem Hügel jetzt eher nicht so funktioniert. Achso, nee, das kann ich so behalten. Passt. Willst du ne... Na, warte, was hab ich da? Ein Schinken? Oh, das ist ne... Schallgedämpfter... Okay. Das ist so. Ein Schallgedämpfter Schinken. Ich seh dich doch tanzen, aber wir müssen ein wenig vor. Na gut. Ihr kommt mal ne Lama-Glocke, die natürlich jetzt super gut passt, weil die auch golden ist. Sau geil. Ja. Yeah. Oh, yeah. Hoch die Hände, Wochenende. Voll lustig. Ich seh'n Loot-Lama und ich seh' auch jemand, der da hin will. Ja, ein scheiß Sniper. Okay, dann lieber nicht. Dann... Das war ein Fehler. Weiß doch keiner, dass der einen Sniper hat. Äh, ja. Gewehr. Ich hab nicht mal den gesehen, den du gesehen hast. Hä? Seh' ich nicht. Ganz genau. Äh, da ist was los. Aber wir mischen uns jetzt da nicht ein, weil die dumm sind. Dann gehen wir da lang. Okay. Ah, Kaktus. Au. Krass, die pieksen ja gar nicht mehr. Früher haben die ja mal Damage gemacht. Äh, ich glaube ja. Ja, du hast schon recht. Ich kann mich auch dran erinnern. Das ist ja super lustig. Jetzt gib mir das. Ich will das. Das sind Schutzblasen, weiß nicht. Ja. Nicht mehr eins. Er fällt nicht überall hin, Lana. Was ist denn das? Wie, was, wo? Ist das nicht so ein Splish-Bus? Äh. Splish? Nein, das ist ein normaler Bus. Echt? Ja. Er hat doch kein Splish-Zeichen dran. Na gut. Wenn er jetzt gelacht, wäre er explodiert. Ach, Quatsch. Wegen so Gastank und so. Er explodiert gar nichts. Na gut. Das Loot-Lama wurde lustigerweise noch nicht gelootet. Jetzt will ich es ja fast haben. Nein, lass das lieber. Das ist bestimmt ein Trick. Meinst? Ja. Jetzt kimmst du erst mal her. Hey, hey, Wahnsinn. Achso, du bist ja schon voll, ja dann. Das wollte ich schon immer erzählen. Weiß ich nicht. Nee, lass mal. So was? Ja, nee, nee, hier nur, weil Hammer gegen Sturm. Hier ist alles gut. Das ist so, das meinte ich ja. Ich dachte, da gehen wir nicht hin, weil es eine Falle ist und wen sehe ich jetzt da hinten? Ich wollte das Sturm für dich beschützen. Krass. Ja. Na, mach auf, der Sturm kommt. Echt, oder? Na gut. Ja. Okay. Hä, gilt das echt für mich? Das glaube ich nicht. Kämpfen da einfach. Oh, krass. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hoch, weil man nicht mehr bauen kann. Das ist ja jetzt auch lustig. Ich werde echt so ein bisschen umdenken hier. Ist wirklich so. Oh, 80 Sturmphasen überlebt. Geil, nur noch 20. Dann habe ich die Spitzhacke. Ist ja mega. Oh, der, der merkt es nicht. Als ob der mich noch einmal gekriegt hat. Scheißhaufen. Ach, scheiße. Alter, das war aber Knappspiel. War ja richtig hässlich jetzt. Ja, ne. Hilfe, ich bin im Wasser. Nein. Ha. Oh. Ich bin es halt der Wasserkämpfi. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich bin es schon. Okay. Okay. Super. Bitte. Der Best, Beste. Oh, was hat denn der da noch gehabt? Oh, das ist ja krass. Warte mal kurz. Ich check das nochmal ab. 20, 30. 20, 60, 50. Kannst schon haben, wenn du magst. Okay. Boah, Alter. Ich bin heute unpsiegbar im Wasser. Denn, oha, Wasser ist der Bringer, wenn du feucht sein willst. Da vorne. Es trifft einfach keine Kugel mehr erst. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, Scheiße. Scheiß doch auf die da. Aber jetzt wird es interessanter. Ich sehe sie hinten. Ach, da. Hä? Fuck, von hinten auch noch. Hä? Ich muss zu mir hier hin. Ich kann ihn einfach nicht. Ums Eck wieder, oder was? Ich fack echt. Ah, nee, klar. Der war schlau. Ich konnte nicht mal respawnen. Drücken auch geil. Ich komme in 10 Sekunden wieder. Jetzt habe ich nichts mehr. Scheiße. Ach, ich werde angezeigt, wo ich gestorben bin. Nicht schlecht. Aber da sind die bestimmt noch. Ja, klar sind sie auch noch. Hier ist was. Ich sehe hier oben Looter. Ich gehe mal da hin. Wird schon angeschossen aus der Luft. Ich lieb's. Oh, das ist das erste Mal? Doch, das erste Mal, dass ich gestorben bin, glaube ich. Ich weiß nicht, wie laut. Die Season. Dann stirb bitte jetzt nochmal, weil jetzt geht nichts mehr. Oha, du hast recht, hey. Oida, krass, hey. Gut, einmal und jetzt aber bitte nicht nochmal. Hä? Er will es immer noch wissen, du kackt. Bot-Gesicht. Du Immortal-Mango. Und der will es auch noch mehr wissen. Ach so, Immortal-Mango. Nein, fäng dich doch ins Knie. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Ich habe keine Heilung. Ach, komm. Noch kannst du neu starten, noch geht's. Nee, ich kann nicht mehr neu starten. Natürlich, neu startet sich aktiviert in 40 Sekunden. Du kannst nochmal. Okay. Noch ist es möglich. Ich dachte, wir dürfen nicht mehr. Doch, doch, noch. Okay, krass. Deswegen muss ich mich hier mal... Ich muss hier weg, hier sind zu viele. Ich muss da... Wir müssen da weg, einfach. Ja, scheiße. Ich werde... Ja. Gebumst. Das geht doch so nicht. Eigentlich darf ich nochmal kommen, normalerweise. Überlebe! Oh Gott! Wir haben hier ein paar Sekunden früher sagen müssen. Hä, warum? Ja. Weil, das wusste ich nicht. Ich dachte, du kommst sowieso nochmal. Hä, doch, klar! Das war doch noch gar nicht die Nachricht. Scheiße. Eigentlich hätte ich nochmal kommen... Das war genau auf dem Countdown. Eigentlich hätte ich nochmal spawnen dürfen. Oh Mann, die sind hier alle krass. Immer und überall. Das ist so... Ich finde, Nullborn knallt irgendwie heftiger, weil man sich nicht so schützen kann. Die... Ja, ich glaube... Die sind... Kampfaggressiver, kampflustiger. Man... Man ist es einfach auch nicht mehr gewöhnt dann so. Man denkt sich, äh, was muss ich denn jetzt machen? Hm? So, man muss halt einfach anders kämpfen, so. Ja, die sind trotzdem... Äh... Ja, keine Ahnung, wie die Worte heißen. Weiß ich doch jetzt nicht. Ja, halt... Die kämpfen mehr... Die kämpfen mehr. Die sind weniger Defense. Ich habe das Gefühl, beim Bauen verstecken sich die Leute eher ein bisschen mehr. Hm, das stimmt, ja. Genau. Ja, krass war's. Krass war's. Ja. Zweiter Platz aber, hast du gesehen? Hm, das ist so. Das ist eh schon krass. Absolut. Genau. Nur noch ein paar Sturmphasen, dann ist das hier auch voll durch, voll krass, hey. Zum ersten Mal. Schee. Ja, das ist, äh, Reload. Wir haben schon so gesagt öfters, uns quält die Map irgendwie fast besser eigentlich. schon als jetzt die normale Remix-Map da. Ja, das ist... Irgendwie gibt die mehr her. Irgendwie ist die hübscher. Irgendwie ist das spaßiger. Ja. Gut, aber das war's fürs Erste und, ja, weiß nicht, wir sehen uns irgendwie irgendwann wieder in neuen Folgen. Keine Ahnung, was weiß ich, was... Ja, keine Ahnung, hier und da mal ein bisschen noch was. Genau. Genau. In dem Sinne, tschüssis. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.